So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. Es ist zurück, das beste Format auf dem Kanal, sagen manche, ich nicht, weil irgendwie interessiert das kaum jemanden, aber die, die es interessieren, die finden das immer sehr unterhaltsam, obwohl ich das nicht nachvollziehen kann. Ich bin jetzt sicher zurück in der Superliga, ich habe mein Team auch ein bisschen verändert, denn beim letzten Mal hatte ich vorne Toxic-Quack drin, hatte dann Registil, hatte Azumarill, ich habe da immer so 3-5, 3-5, 3-5 gewonnen, aber nach dem Stream ging es nur noch 0-5, 0-5, 0-5 und das war mir dann irgendwie zu doof, deshalb habe ich meinen Dioxys vorne wieder reingepackt, was ich sonst eigentlich immer gespielt habe und mit dem ich dann irgendwie gut zurechtkam, denn plötzlich habe ich 5-0, äh 5-5, 5-5, 5-5 gewonnen und habe gedacht, krass, mit diesem Team meldest du dich zurück, aber ich sehe jetzt schon, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich Rang 4 geworden, als ich das zweite Mal gespielt habe, bin ich Rang 8 geworden, eben habe ich probiert schon eine Aufnahme, da habe ich auch wieder fast alles verloren, aber durch 2 von 5 Siegen bin ich trotzdem jetzt Rang 10 geworden, also ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich an heute denke, wir wollen das jetzt aber trotzdem mal ausprobieren, wollen wieder in die Superliga rein, ähm, wollen mal schauen, was wir heute reißen, ich habe nämlich jetzt schon wieder so viele Sachen gesehen, gegen die ich noch nie gekämpft habe und wieder überhaupt keine Ahnung hatte, was da los ist und was das soll, wo die die Pokémon hernehmen, sind Dinge dabei, die hast du noch nicht gesehen, ne, und dann kämpfen die hier auf einmal damit. Jetzt eben frisch Rang 10 erreicht und dann habe ich gedacht, okay, komm, ist egal, da musst du jetzt durch, greif einfach an. Habe also jetzt mein Dioxys vorne drin und beim Azumarill habe ich noch eine Attacke ausgetauscht, da habe ich nämlich jetzt statt, äh, was war es, das hatte beim letzten Mal, irgendwas mit Wasser, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ein Blubstrahl, nein, hatte das einfach Hydro Pumpe wahrscheinlich, es hatte Hydro Pumpe und Hydro Pumpe habe ich jetzt rausgenommen und habe jetzt ganz normal wieder Knudler draufgepackt, falls ich auf ein Azumarill treffe, ja, auf ein gegnerisches, dass ich wieder dieses LKW-Rennen spielen kann und wir wieder Knudler gegen Knudler hin und her machen, bis eins umfällt. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich großartig gegen Azumarill einsetzen soll, ihr könnt das immer reinschreiben, wenn ihr ein Azumarill seht, was setzt ihr immer ein, mit was würdet ihr vorrangig kämpfen gegen Azumarill. Hier habe ich jetzt auch keine Ahnung, was da sinnvoll ist oder nicht, das heißt, ich haue einfach immer drauf, weil er hat weniger Energie als ich, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn ich jetzt nochmal hier durchkomme, dann ist er vielleicht tot oder er nimmt wenigstens, er nimmt wenigstens mal ein Schild, der hat mich die ganze Zeit verarscht, guckt er das an, aber ich komme trotzdem mit, nee, er wechselt, auf Boris, Bruder, was ist jetzt los, Boris, was geht ab, was mache ich mit zu Boris, der hat wieder, Ja, der macht Faxen, ich glaube, ja, ich bin jetzt ja eh tot, aber kann jetzt vielleicht meinen Azumarill reinholen und gucken, was der macht. So, das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich jetzt mal sagen, ich bin auch eher dran als er, jetzt habe ich hier die ersten Schneeflocken fast verpasst, die da runterfliegen. So, friss das, du Sau, aber, ja, das scheint ihn nicht so sonderlich zu beeindrucken, aber egal, er hat ein Schild benutzt, ne. Ich benutze mal kein Schild, weil der dicke Osterhase steckt eigentlich gut ein, wir gucken mal, was es ausmacht. Hätte ich lieber ein Schild benutzt, nein, ich brauche den Hasen doch, lass mich in Ruhe. Komm, mach nochmal, Eisstrahl, jetzt bin ich schlau, jetzt schilde ich natürlich, jetzt hat er aber gar kein Schild mehr gleich. Hoffe ich, mach ja, kanns, klar, jetzt macht er natürlich Schmarotzer. Diese Drecksrückkehr, ich habe auch noch nie Rückkehr genutzt, ich glaube, ich habe auch gar kein erlöstes Pokémon mit irgendwas. Egal, hauen wir drauf, hauen ihn weg, haben noch ein bisschen Zibbelenergie übrig, Boldarus kommt rein, schön bisschen Wasser noch drauf, los Boldarus, was willst du tun, du kannst nichts tun. Und jetzt hat er natürlich hier ein, guck mal, Stahl und Gestein. Lassen wir es erstmal durch, wir haben ja noch ein bisschen Energie übrig. Da wäre jetzt vielleicht ganz cool, so auf Fokusstoß auch zu gehen, aber der schildet ja bestimmt eh erstmal ab. Wollen wir trotzdem mal auf Fokusstoß, auch wenn er den ersten sicherlich abschildet, wie er noch ein bisschen auf den zweiten Fokusstoß dann gehen können, dann würde das doch vielleicht auch noch ganz gut aussehen. Ach, er hat mir die Thales ja noch, den habe ich ganz vergessen. Und er hat auch noch ein Schild. Nein! Gib mir die Lichtkanone, bitte! Aber er schildet ja. Und ob ich es nochmal zur Lichtkanone schaffe, ich weiß es nicht, ich habe auch noch ein Schild, aber ich glaube, mein Schild wird mir nicht so viel bringen, oder? Schild! Nein! Ist das eine Drecksau, guck dir das an, ich verstehe es nicht. Es war so knapp, es wäre doch fast geworden, aber egal. Ja, klatsch ruhig, ne? Damit der Gegner denkt, dass du ihm das gönnst. Was du natürlich nicht machst, lasst euch da nichts einreden, lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen. Also, erster Kampf war fair, muss man sagen. War richtig fair. Sehr, sehr, Wodka, sit! Warum sind die alle zwölf, Mann? Ich bin zehn. Kommt mal runter auf mein Niveau, Bruder. So, wir schlagen die Spinne. Das sieht doch schon mal gut aus, weil sie nimmt mehr Schaden als wir. Jetzt gucke ich mal, was er macht. Wir, das ist ja wie bei der WWE, anfallen. Uh, sehr effektiv. Das ist sehr schön. Jetzt sinkt auch noch mein Angriff. Das heißt, die Spinne weiß, was sie macht. Im Gegensatz zu mir. Aber ich bin auch sehr effektiv. Ich darf nur nicht nochmal sein Anfallen durchgehen lassen. Wir schilden lieber mal. Und vielleicht schaffen wir ja unseren noch, bevor er nochmal irgendwas anderes macht, dass er wenigstens auch ein Schild nehmen muss. Flunschlik ist am Start. Oh mein Gott. Ist Flunschlik nicht irgendwas Bodenmäßiges oder so? Sollten wir vielleicht jetzt auch hier auf unser Azumarill wechseln? Ach, das ist Boden und Elektro. Okay, wir machen erstmal gut Schaden. Aber wenn er jetzt mit einem Elektromove kommt, den er hoffentlich nicht hat, dann habt bitte was anderes. Dann könnte das doch gut aussehen. Ladungsstoß. Hat jetzt aber gar nicht so viel gemacht, muss ich sagen. Das heißt, wir schmieren jetzt wieder hier drüben rum, wo ich immer noch denke, dass Knuddler einfach der beste Move im Spiel ist. Sind wir trotzdem sehr effektiv. Würden vielleicht noch einen Ladungsstoß überleben und können ihn mit dem Quick Move sicherlich rausnehmen. Ja, wir probieren es einfach mal. Ja, Ladungsstoß. Super. Hab da noch was übrig. Falls es nicht klappt, muss ich halt auch noch ein Schild benutzen. Ja, ist okay. Dann hat er halt noch einen Move gleich am Start, was jetzt sicherlich kein doch auch Ladungsstoß ist. Jetzt kommt er zurück. Jetzt Eis auf der Pflanze. Aber er hat ja noch zwei Schilder. Wie hat er das denn gemacht? Und wieso hab ich eigentlich keine mehr? Ja, der hat bestimmt zwei mehr gehabt als ich am Anfang. Und wir haben bisher gleich viele eingesetzt. So, was bleibt mir jetzt übrig? Nix. Das eine Schild macht mich noch rasend vor Wut. Ich muss das eine Schild wegkriegen. Das bringt sonst nix. Du kannst ja nicht mit Regis Stil. Der macht einfach keinen Schaden und nix. Der hat nur seinen Quick Move, ach, seinen Charge Move dann irgendwann mal, wenn er ihn schon gar nicht mehr braucht. Weil es dann eh zu spät ist. Aber genau das Problem haben wir jetzt. Ja, machst du schön. Gib mir einen Blumenstrauß. Genau, darauf habe ich gewartet. Denn das ist genau das, was ich hier... Ja, jetzt hat er auch noch Erdbeben. Warum auch immer. Wo nimmt er den denn her? Seit wann kann das Erdbeben... Erdbeben. Vielleicht sollte ich das auch mal nehmen. Aber irgendwie habe ich ja keine Stahlgegner. Ich habe irgendwie noch keinen gesehen, der mit Regis Stil kämpft. Was heißt das jetzt? Dass Regis Stil Mist ist und deswegen kämpft keiner damit. Also ich kann gar nicht mehr gewinnen. Aber irgendwie... Geht es hier einfach weiter. Ja klar, weil... Es wäre ja nur vorbei, wenn einer aufgibt. Warum sollte er aufgeben, wenn er gewinnt? Das wäre eigentlich Quatsch. Jetzt ist er da raus. Vor allem hat er einfach noch alle Pokémon. Aber er kann ja nochmal Erdbeben machen. Dann bin ich weg und dann passt das. Das würde wahrscheinlich sogar Flora-Statue erreichen jetzt. Wenn er die hat. Er macht nochmal Erdbeben. Vorbei. Ja, das ist doch so ähnlich, wie es eben schon war, als die Kamera nicht lief. Zwei Matches, zwei Loses. Das ist doch wieder mal herrlich. So geht man gerne in die Superliga rein. Ich glaube, wenn es heute so weiterläuft und ich alle fünf verliere, dann ist die Sendung vorbei. Das geht nicht. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Denn nur mit einem Erfolgserlebnis hat man Ansporn, überhaupt weiterzumachen. Wenn du nur erniedrigt wirst, selbst in der GoBattleLeague, dann möchtest du das natürlich nicht freiwillig über... 14. Die Witschkur. 14. Da komme ich auch noch hin. Lass mal wieder die Meisterliga irgendwann kommen. Da habe ich wenigstens Spaß dran. So, ich hau wieder den dicken Aal. Werf mal wieder einen Stein, weil wir sonst ja nichts zu tun haben. Elektro wäre vielleicht ein Chili gewesen, wegen Wasser. Aber irgendwie hat der ja auch irgendwie Boden. Also habe ich keine Ahnung. Wie immer. Was ist, wenn eins Wasser und Boden hat? Was macht dann Elektro? Hebt sich auf, bleibt neutral. Wir nehmen den mal weg. Der hat bestimmt noch eine Aquarubitze. Die komischerweise auch immer übelst rein crasht. Also die macht gut Schaden. Verstehe ich jetzt, dass viele Leute natürlich Sumpex mögen. Mit Sumpex spielen. Er macht auch ihr so lange, dass er gleich zwei hintereinander machen kann. Ich setze wieder kein Elektro ein. Weil das halt länger braucht. Und im Endeffekt er dann schon wieder eine Aquarubitze gemacht hätte. Bis ich zum Elektromove komme. Also muss ich wieder mal einen Stein drauf werfen. Mir bleibt leider nichts anderes übrig. Das werde ich jetzt nicht überleben. Deswegen haue ich mein letztes Schild schon wieder raus. Warum auch nicht? Komm, vielleicht kriegt man ja hier noch einen oben drauf. Und dann würde das vielleicht nicht passen. Es wäre vielleicht jetzt schlauer gewesen. Hätte ich gewechselt, dann hätte der sein Move auf meinen Azumarill gemacht oder so. Dann wäre das wenigstens nicht ganz tot. Und jetzt habe ich aus Versehen auf Registrier gedrückt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Toll. Jetzt habe ich den drin. Und der hat doch bestimmt Erdbeben. Aquarubitze Erdbeben. Das heißt, zack. Und dann ist es gleich. Ne, er hat Aquarubitze gerade am Start. Achso, ich kann ja sowieso noch wechseln. Was mache ich denn? Jetzt hätte ich doch eigentlich trotzdem, wenn ich mich verdrückt habe, hätte ich doch trotzdem noch auf Azumarill gehen können. Aber ist jetzt irgendwie zu spät. Der ist aber raus. So. Was hat er jetzt? Was bringt er jetzt mit? Nichts? Doch. Kampf. Meditalis. Okay. Dann kommst du raus. Du gehst rein. Wir können da wenigstens ein bisschen was entgegensetzen, hoffe ich. Ich glaube, das wird der dritte Luz. Da bin ich mir ganz sicher. Psychogenese. Und er wechselt wieder. Und er wechselt wieder. Auf Voltulla schon wieder. Aber das ist ja ein Nebewesen. Und wenn da die einfrieren, dann ist das nicht so gut. Jetzt habe ich nicht mal einfach fabelhaft getroffen. Der hat noch volle Energie. Will der mich verarschen? Und ist auch noch sehr effektiv. Und ich kann nicht wechseln, weil der hat ja hier Strom. Ordentlich. Am Zunder. Hör doch jetzt auf. Ich hab dich doch auch lieb. Mein Gott. Los, Registil. Zeig, wie lahmarschig du bist. Du bist der Beste. Er hat ein Schild. Und wenn er kein Schild hat und nicht macht, dann hat er danach halt ein Schild. Also irgendwie ist es jetzt alles. Wie vorhin. Erinnert mich an die Runde davor. Bam, bam, bam. Ich bin weg. Ich brauch gar nichts mehr machen. Und er hat immer noch ein Schild. Also... Es wird immer schlechter. Merkt ihr das? Noch zwei Matches. Wenn die auch verloren sind, dann ist die Folge schon um. Seht ihr ja hoffentlich ein, dass man nicht nach einem komplett verlorenen Fünfer-Set einfach wieder weiterspielen kann. Bam. Ah, die Bam. Hast du es gehört? Da war es wieder. Draußen spielen sie übrigens den ganzen Tag Kinderlieder. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Aber ist egal. Ich habe extra alle Fans dazu gemacht, dass mich die Fröhlichkeit und Heiderkeit nicht erreicht. Hab jetzt Azumarill drin. Hmm... Das ist ja genau das, was ich vorhin gemeint habe. Komm, wir gehen mal hier auf unseren Donnerblitz. Das erste Mal im Leben, dass wir Donnerblitz einsetzen. Mal gucken, ob er mitspielt. Und... Er wäre die natürlich ab. Und macht jetzt was? Weiß ich nicht. Könnte der nicht auch Antikkraft haben? Ach nee, das ist ja nicht... Das ist ja dann wieder Togglekiss. Ich bin schon wieder in einer anderen Liga. Sorry. Altaria, genau. Wechsel einfach raus, das ist okay. Okay, dann komme ich jetzt hier an und werfe jetzt aber Steine. Das müsste ja... Boom! Zwar sehr effektiv sein, aber halt nicht so sehr. Schaffen wir es nochmal, einen Stein zu werfen? Da wäre Elektro ja auch wieder ganz gut. Aber das ist mir alles zu unsicher immer, bis das voll ist. Mein Gott. Das heißt, wir müssen nochmal einen Steinklotz werfen. Jetzt hat er wenigstens keine Schilde mehr. Und ich könnte... Mit meinem Azumarill vielleicht hier und einem Eisstrahl und dann mit meinem Azumarill gegen sein Azumarill dürfte eigentlich gut funktionieren. Da werde ich jetzt auch kein Schild setzen. Nein, damit brauchst du mir gar nicht kommen. Mach mal hier, was du denkst. Jetzt guck dir das mal an, was ich da mach. Ah! Nicole Meinige ist jetzt ein Wurm. Was war da denn los? Dankeschön für die Mitgliedschaft. Das ist weg. Jetzt komm mal bitte mit einem Azumarill rein. Toxikak! Toxikak ist auch ziemlich nervig. Da kann der auch Boden-Moves, dass wenn ich jetzt mein... Ah! Hm! Was? Gift? Hätte ich doch lieber mein Hannes reingeholt, also mein Registil, dass die zwei sich da rumschlagen. Hier auch nix gemacht. Alles Mist. Egal. Alles gemütlich. Machen wir mal weiter. Ich hab noch ein Schild, den versuche ich jetzt mit den Quick-Moves runterzuziehen. Wir schilden, wir drücken weiter einfach normal. Der muss umfallen. Das Azumarill ist ja glaube ich noch übrig bei ihm, aber lassen wir uns davon nicht irritieren. Und gehen gleich auf Knudler, wenn der reinkommt. Hab ja gesagt, Knudler ist einfach das, was sinnvoller ist. Gegenseitig. Ja, wieder nicht einfach fabelhaft. Egal. Mach einfach auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Bekämpft euch hier ein bisschen. Ich kann nix mehr machen. Jetzt kommt das Registil noch rein. Registil. Oh, ich hab sogar noch... Ah, das wird nix. Da wäre es jetzt wahrscheinlich schlauer gewesen, trotzdem direkt zu wechseln. Damit er nicht zweimal schon sein Move wieder vollladen kann. Und hier weiß ich jetzt auch nicht. Stahl. Er hat ja nicht mehr viel. Würde das ausreichen? Noch eine Hydro-Pumpe überlebe ich auf jeden Fall nicht. Wir probieren es einfach mal. Und wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht. Es ist ja nur der vierte Lustern. Das ist jetzt nicht so schlimm. Lichtkanone. Reicht. Er ist weg. Wir haben einen Sieg. Ramses Minus. Wir haben einen Sieg. Das merke ich mir eh nicht bis nachher, wenn ich das Video hochlade. So. Da sagst du nix mehr. Wir machen genau mit dem dreckigen Team weiter. Was einfach so toll ist, dass man sich denkt, wow. Richtig krass. Hab ich nicht einen Zettel irgendwo? Einen Stift? Also einen Stift habe ich. Ich hab keinen Zettel. Ich hab ein Taschentuch. Da kann ich bestimmt draufschreiben. Es ist unbenutzt. Guck. Sieht aus wie original aus dem Laden mitgenommen. Ohne Verpackung. So. Wir sind sehr effektiv. Da bin ich guter Dinge. Was macht der? Der kann auch hier was Stahl und was Boden. Lass also das Registil draußen. Der kämpft wieder unfair. Das sehe ich jetzt schon. Das sehe ich an der Nase. Guck. Das ist ja gar nix. Aber egal. Wir machen so auf jeden Fall Schaden erst mal. Ja, wie kommt man denn auf die Idee, einen Move zu machen gegen einen Pokémon? Bist du denn verrückt? Wir hauen also einfach fröhlich weiter drauf erst mal. Obwohl, wenn es so weiter geht, bin ich gleich weg. Nein! Komm, wir machen wenigstens nochmal den hier. Nachdem der andere kacke war, machen wir einfach den. Und dann gucken wir uns mal an, was der Unterschied ist. Und was verkackter ist der oder der. So, das bringt auch nix. Und nochmal hier. Was hat denn jetzt voll gemacht? Weil wir können jetzt hier mit Wasser angreifen. Blubber, irgendwas. Keine Ahnung. Aber der macht auch noch einen Move. Erdbeben, Erdbeben. Oh, ich... Er macht mich halt verrückt. Ja, hau halt drauf. Ist okay. Es sei dir gegönnt, Bruder. Tschüss. Bis später. Wir sehen uns. Immer noch zwei Schilde. Das stresst mich schon ein bisschen, ja. Und jetzt kommt Hypno auch noch rein. Hypno macht mich jetzt komplett nass. Eigentlich müsste ich jetzt wechseln, aber... Er hat ja noch ein Schild, aber vielleicht muss ich trotzdem wechseln. Weil der war mir einfach zu rustikal gerade. Ansonsten kann da irgendwas, was mich jetzt sonderlich beeindruckt. Wir lassen erst mal was durch. Feuerschlag. Ja, ist... Wie halt einfach jeder plötzlich Feuerschlag hat. Warum auch nicht? Gönnt euch richtig Feuerschlag. Genau. Am besten bastelt euch drei Moves dran. Ist nämlich noch besser. Freue ich mich immer richtig, wenn ich das sehe. Ähm... Ja. Keine Ahnung. Ich bin überfragt. Das ist mir alles zu hektisch. Das ist mir alles zu viel. Das ist mir immer zu irgendwas anderes, Neues da reingebuchtet. Schildert man da? Schildert man nicht? Wie viele Moves will er noch vollladen? Er so, ja. Wie viele Moves wollen sie vollladen? Ja, Knudler. Bam. Schaffe ich denn noch mal wenigstens Eimer hier? Eimer, mein Eimer. Oh, jetzt habe ich gedacht, er gibt auf. Er gibt natürlich nicht auf. Aber schaut mir das nächste Schild noch raus. Ach, ich habe schon wieder meins weg. Und dann gebe ich ihm noch eins. Und dann bitte fall mal kurz um. Tu mir den gefallen. Vielleicht hätte ich vorher schon schnell auf Azumarill wechseln sollen. Das war ja eigentlich schon wieder startklar. Und hat gesagt, nimm mich, nimm mich. Weil es wollte auch geknuddelt werden. Aber wurde es jetzt nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Er hat immer noch sein Schild. Der catch dich doch um mit seinem Feuerschlag. Kannst du nichts machen. Feuerschlag. Weg. Azumarill. Rein. Hat nur noch Hälfte Energie. Fällt gleich um. Bis der sein Move voll hat. Ah, Schild hat er auch noch. Und er macht sein Move. Hier. Ich werfe das Handtuch. Nein. Donner. Feuerschlag und Donnerschlag. Jetzt übertreibt das aber maßlos. So. Wir könnten theoretisch aufgeben. Aber wir wollen uns den Spaß ja gerne bis zum Ende antun. Und gucken, was noch passiert. Vielleicht greift noch jemand ein. Und entscheidet das Match zu meinen Gunsten. Kennt man ja von der WWE. Ist ja meistens so. Da aber nicht. War ein sauberer Sieg für Roman Reigns. Woo. Acknowledge me. Guckt ihn an. Den Head of the Table. Head Ose. Äh. Damit habe ich leider ein Match gewonnen. Das heißt. Ich muss noch. Ha. Perfekt. Jetzt weiß ich, wieso die alle so einen hohen Rang haben. Man muss gar nichts können. Und kommt trotzdem weiter. Das heißt. Weil ich leider eins gewonnen habe. Muss ich noch ein Set spielen. Maximal drei Sets. Wir sind jetzt bei 22 Minuten. Das heißt. Drei Sets wäre trotzdem fast eine Stunde. Er guckt sich sowas an. Ich frage euch. Vielleicht verliere ich ja jetzt alle fünf. Und dann bin ich raus. Versprochen. Dioxys und Panzer Aeron. Wie ich immer aushol. Seht mich an. Und noch ein Zoompex hinterher. Ähm. Jetzt hätte ich eigentlich das ja mal ausprobieren können. Mit Elektro. Komm mal her. Wir wechseln jetzt mal auf unser Azumarill. Das sieht nämlich gut aus. Und macht Spaß. Wir lassen das auch mal durch. Wenn er wechselt. Dann. Warum wechselt er? Bin ich etwa gut gegen Panzer Aeron? Schlammwoge. Ah. Das sah doch gerade noch so super aus. Dann halt nicht. Vielleicht machst du ja trotzdem mal einen Eisstrahl. Naja. Mach's denn nett. Ja. War ja klar. Wieso sollte es auch sonst so schnell wieder voll sein? Oh mein Gott. Jetzt. Nehm bitte ein Schild weg von dir. Damit es sich wenigstens einmal gelohnt hat. Schild. Hm. Hm. Ja. Ja. Dann bring mich halt um. Oder nicht. Oder doch. Ja. 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 Dann kommen wir mal zurück hier mit unserem Kollegen. Der haut nämlich gerne auf alles drauf. Ne. Guckt er das an. Wie der dazu schlägt. Lass uns auch mal durch. Weil wir haben ja noch ein bisschen Energie. Aquarabitze. Da ist die Energie gleich weg. Jetzt mach doch den Rest hier weg. Ja. Und jetzt. Komm doch mal mit. Ach ne. Flunschlik. Kann man nicht vorher einstellen, gegen welche Pokémon man bitte nicht kämpfen möchte? Was mache ich denn mit dem Viel? Das hat wieder Boden dann am Start. Das heißt, er kann bestimmt wieder irgendwelche dämlichen Moves, wenn ich meinen Rigi-Steel reinhole. Ja gut, Steinhagel war jetzt nicht das Problem. Aber jetzt geht er vielleicht davon aus, dass wir nur Steinhagel haben auch. Man macht die gleichen Moves wie ich. Macht mir nicht alles nach, Mann. Guck! Nichts, auch nicht so effektiv. Ich glaube, warum nehme ich denn keinen Flunschlik? Wenn Flunschlik so heftig ist und man eh nichts gegen Flunschlik ausrichten kann, egal was man hat. Außer man hat noch einen Azumarill vielleicht übrig. Ihr seht, es geht immer nur um fünf Pokémon, mehr gibt es nicht. Aber er hat natürlich noch zwei Pokémon und er hat natürlich noch ein Schild und ja, er müsste jetzt ja nur ganz chillt hier auch irgendwas Bodenartiges machen und dann wäre ich ja eigentlich schon wieder weg. Ach mein Gott, was mache ich denn? Ich muss ja hier den Finger nehmen und nicht das andere. Hui! Guck dir das an. Und jetzt schnell weitermachen. Ah, ich drücke, ich drücke, ich drücke. Guck, du kannst nichts machen. Doch, kann er. Das ist der Countdown, bis ich tot bin. Zwei, eins, null und tot. Isch! Au! Da ist noch ein Fünkchen. Hohe Offnung. Lichtkanone, Panzer Aeron. Genau, das hat jetzt ja auch total super geklappt. Aber wie gesagt, gehst du auf den anderen Move, gehst du auf Fokusstoß. Das hätte... Das wäre sich nicht ausgegangen, wie man so sagt. So, verloren. Das erste Match war das, glaube ich, oder? War das das erste Match? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Egal. Denn selbst das zweite Match würde ich auch verlieren. Ich wage die Superliga so gerne. Oh mein Gott. Ich habe doch... Warum mache ich es denn nicht, wie ich es angekündigt habe? Eigentlich habe ich gesagt, ich warte immer, bis die Meisterliga kommt und spiele da. Dass ich mal eine Siegesserie habe nacheinander. Dass ich eine gute Statistik habe. Dass das eben passt. Und dass das auch noch was aussieht. Durch die Superliga versau ich mir jedes Mal alles komplett. Weil mir das einfach zu viel ist. Und einfach zu... Keine Ahnung. Dann beliest du dich schon und versuchst, irgendwelche Teams zu wählen, die dir vorgeschlagen werden. Und sagst, okay. Dann nimmst du halt das und das und das. Keine Ahnung. Weil das benutzt der. Und der ist auf Rang 1 weltweit in der Liste. Und der schlägt das vor und sagt, das ist das beste Team. Und damit verlierst du einfach komplett alles. Und denkst dir, krass. Aber was nützt das beste Team? Wenn du halt keine Ahnung hast von dem, was du machst. Dann kannst du mit sonst was gewinnen. Verlieren. Gewinnen, verlieren. Verlieren, gewinnen. Es ist jetzt auch schon wieder, ja, warum wechselst du denn nicht? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich mein, es ist ja schön, dass ich mit Wasser gegen Boden gut dastehe. Aber auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite hat er ja Elektro gegen mein Wasser. Das heißt, egal welches Flunschlick in den Kampf geschickt wird, die sind beide einfach total kacke. Und ich hasse die. Ich will keine Flunschlick als Gegner haben. Warum greift man mit Elektro gegen Elektro an? Das ist auch so eine Frage, die niemand stellt, aber jeder gerne beantworten möchte. So, guck mal. Oh, wie sich das gibt. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Können wir nicht einfach jetzt aufgeben? Komm, mach doch mal einen Move. Mach doch. Los, mach einen Move. Bruder, ich warte doch nur drauf. Schlammbombe. Was wäre denn sinnvoll? Wenn ich sehe, ich hab das Flunschlick als Gegner. Du musst auf dein Azumarill. Das wird zwar gegrillt, aber es kann erstmal schnell effektiv da austeilen. Hm. Ja, und dann macht er einen Move und dann bin ich ja trotzdem halbtot. Können wir auch durchlassen. Müssen ja noch ein paar Schilder aufheben. Wir wissen ja nicht, was danach kommt. Ladungsstoß. Und die Hälfte ist schon wieder weg. Genau. So. Jetzt haben wir eins vielleicht mal fortgeschafft. Und haben Azumarill. Okay, okay, okay. Ich hab's schon verstanden. Knuddler. Ein Knuddler von ihm können nicht überleben. Gefühlt. Lassen wir mal durch. Da müsste noch was übrig bleiben. Vielleicht schaffe ich es auch noch, einen einzusetzen. 14,99, Mann. Der ist immer richtig gut on top. Also. Das liegt nur an den Pokémon. Ich sag's euch. Das liegt gar nicht an mir. Das liegt an allem. Genau. So, kriegt man da noch was gebacken. Wenn ich jetzt schilde, schaffe ich es mit dem bisschen noch was zu machen. Ich probiere es einfach mal. Selbst wenn es ein Eisstrahl ist, einen kriegt man vielleicht noch durch. Bevor ich umfalle. Genau. Aber er hat immer noch zwei Schilder. Und ich hab gar keins mehr. Was natürlich wieder richtig kacke ist. So, er hat jetzt auch keins eingesetzt. Ich bin jetzt weg. Er hat noch zwei Schilder. Er hat noch zwei Pokémon. Ich stehe hier und sage, Hallo, wie geht's? Und das war's dann. Ich muss ihn jetzt auch versuchen mit den... Nein, muss ich nicht. Fiaro. Und schon ist wieder Feuer da. Und grillt mich einfach fort. Also... Das ist wie vorhin, ja. Die ersten drei muss ich erstmal verlieren, um ein Gefühl zu bekommen, damit ich das vierte vielleicht dann gewinnen kann. Warum macht man da weiter? Man braucht gar nicht da weitermachen. Also, beziehungsweise ist es eh gleich vorbei. Angriff, steig. Komm, wir gehen mal noch auf... Fokusstoße hinterher. Schafft man nicht mehr. Sind wir schon weg. Das liegt nicht an Bugs. Ich sag's nochmal dazu. Das ist ein besserer Titel, als vorhin. Wir haben einen Sieg. Das liegt nicht an Bugs. Das muss ich mir jetzt aufschreiben. So. Und danach noch Nase damit putzen. So. Kann man das lesen, ja. Das liegt nicht an Bugs. Echt na toll. Oh, du bist der Beste. Wie es bei ihm halt einfach schon wieder... Ach komm. Brauchen wir gar nicht Schilden. Ich seh ja jetzt schon wieder, dass alles verkackt ist. Spukball. Und da sind wir weg vom Fenster. Wunderbar. Nehmen wir mal den Osterhasen. Jetzt denkst du wieder so... Oh, guck mal. Echt na toll. Ist voll krass und richtig genial. Den muss ich auch unbedingt in mein Team reinpacken. Aber wenn ich den hab, dann hab ich natürlich Gegner. gegen die der halt nichts macht und machen kann und einfach total doof und alles. Also theoretisch müsste ich nach jedem Kampf mein Team komplett ändern, weil ich dann denke, oh, der Gegner hat so coole Pokémon und mir gezeigt, wo es lang geht. Ich mach jetzt genau dasselbe wie er und schon komm ich auch wieder nicht weit, weil dann das auch wieder nicht passt. Und so ist das ein riesengroßes, chaotisches Gebambel und da blicke ich einfach nicht durch. Spukball. Meint ihr, der kann noch was anderes? Hallo? Nein, jetzt macht's wieder irgendwas. Ich seh's schon, gleich bin ich tot und... Ja, alles klar. Du kannst 50.000 Mal auf deine blöde Attacke drücken, die es natürlich nicht einsetzt. Und dann kommt er zurück und setzt seine eigene. Brauche ich jetzt meine Attacke auch nicht mehr machen. Obwohl, musste ich ja doch. Ne, muss ich nicht. Ich hab doch noch mehr Energie gehabt als er. Normalerweise. Von vornherein. Und dann wärst du ab und fliegst um und hast noch zwei Moves und bist tot mit zwei Moves dabei, also... Dann lass mir jetzt wenigstens mal einen Fokusstoß machen. Ramses, wieso gibst du denn nicht auf? Es ist doch eh schon vorbei. Ja, ich seh's schon. Guck, zack. Jetzt haben wir ihn ordentlich unter Druck gesetzt. Piep, piep, piep. Lieb, ich hab euch alle lieb. Genau. Alter, was ist denn da hinten explodiert? Guckt euch doch mal die Wolke an im Spiel. Das ist ja richtig brutal. Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Wir gehen auch nochmal auf Fokusstoß. Musste er ja nicht wissen. Kann ja sein, dass der denkt, dass es was anderes ist. Hey, yo, richtig krass. Sag mal, es war gar nicht rot jetzt, es war nur lila. Hat wieder es einfach fabelhaft gefehlt. Wir können ja nochmal auf Fokusstoß. Was ist denn jetzt? Ist er jetzt eingeschlafen oder lässt er mich jetzt hier das Tanzbein schwingen? Echt mal toll. Ach ne, ja, zu Marill. Hä? Ach so, ja, das andere ist ja tot. Egal. Vergesst einfach alles, was ihr je gesehen oder gehört habt. Komm, wir machen nochmal Fokusstoß. So, und? Nix. Hätte ich lieber Stahl genommen. Das wäre auf jeden Fall besser. Der wusste ganz genau. Er wartet einfach ab. Und er tut so. Ich habe kurz die Vermutung gehabt, dass er die Verbindung verloren hat vielleicht. Und ich dachte, es liegt daran. Er hat die Verbindung verloren und er konnte gar nichts mehr machen. Aber er ist zurück. Ich habe ihn durch den Fokusstoß, habe ich ihn wieder wachgerüttelt. Lichtkanone, zack. Das heißt, hätte ich zwei Lichtkanonen gemacht, anstatt einen Fokusstoß und eine Lichtkanone, hätte das insgesamt besser ausgesehen, ja? Das weiß ich jetzt. So, das war es jetzt. Aber das war das dritte Match. Das heißt, jetzt kommt das vierte und dann das fünfte. Wenn ich die zwei verliere, dann bin ich erlöst. Oh mein Gott. Deswegen darf ich auch nicht aufgeben. Das sieht ja so aus, als würde ich mir gar keine Mühe geben. Aber ich schufte hier bis zum Umfallen. Es wirkt nur nicht so. So, freu dich kurz wenigstens noch. Also, klatschen ist auch freuen. Weil schon mal jemanden klatschen sehen, der keinen Bock hat zu klatschen. Oder, also, man klatscht ja, weil man was toll findet. Und wenn man was toll findet, dann freut man sich. Man sagt ja nicht, oh mein Gott. Das finde ich voll kacke. Gut, die Leute gibt es auch, die immer so tun, als ob und dabei. Ey, hier, Panzer Aeron. Das heißt, der haut doch bestimmt auch jetzt ab, weil er schissert. Warum aber eigentlich? Ich meine, ich kann ihm doch eh nichts tun. Der ist doch eh gut dabei, bei allem, was ich mache. Aber der andere hat gewechselt vorhin. Warum hat er gewechselt? Was ist, was hab ich, was er nicht hat, ne? Hier, Steinhagel. Macht bestimmt gar nicht so viel. Macht bestimmt gar nichts. Na ja. Und er wechselt. Auf Welser. Auf Welser ist das nicht Wasser und Boden? Hätte ich den nicht grillen können? Ich glaube, ich habe vorhin schon mal Welser gehabt. Den fand ich auch richtig kacke. Welser ist wie Flunschlik einfach. Wasser. Boden. Hä? Ich checke ich nicht. Ja, lass halt mal durch. Schlammbombe. Knallt bestimmt gut rein. Hm. Ähm. 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 Boden nix gut für meine Riggi-Stil. Deswegen, äh, komm mal ja mit, äh, Blue Bar. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was er eigentlich als Quick Move hat, aber egal. Vielleicht ist es doch einfach nur Aqua Knarre. Ja, das hat, genau das hat mich genervt beim Welser. Der macht ein Move nach dem anderen. Der muss nicht mal aufladen. Der hat einfach nur unendlich Moves. Und wenn ich dann komme, dann will er wieder schilden, oder was? Du hast doch eh schon gewonnen. Was wählst du denn überhaupt von mir? Nein, gut, das passt. So. Jetzt schilden. Nisch. Mitnehmen. Damit jeder noch... Ja, stimmt ja gar nicht. Damit jeder noch eins hat. Ist ja Quatsch. Er hat ja noch zwei dann. Er hat ja noch alles gerade. Also, dich pack mal kurz weg. Jetzt kommen wir zu deinem Fridolin. Brunse, Ehron. Eis. Schild. Kein Schild. Hui. Und er schildert. Genau, Schilde. Ich kann auch schilden. Irgendwann vielleicht. Mach ich jetzt mal kurz. In der Hoffnung, dass ich noch einen Eisstrahl voll kriege. Den er auch schilde. Dass er keine Schilde mehr hat. Weil ich ja unbedingt mit dem Riggi-Stil durchkommen muss, wenn ich was mache. Oh mein Gott. Der blöde Frosch ist wieder da. Nein, es ist kein Quack so. Es ist noch blöder. Du. So. Jetzt haben wir im Prinzip was gekonnt. Nichts. Genau. Und was machen wir jetzt bei ihm, weil er ja schon wieder effektiv ist gegen mich. Mit seinem Dreckskampf-Move. Ah. Ich habe noch ein Schild gehabt. Hä? Was ich natürlich nicht eingesetzt habe. Und er kommt mit Schlammbombe. Gegnerische Attacke. Ja, genau. Die hat er nämlich. Er hat ja eh nichts zu tun gehabt. Da hat er die schon mal gesammelt. So. Was macht man jetzt? Jungs und Mädels. Ich nehme wieder das, was zuerst voll ist. Und was nichts heißen muss. Und deswegen. Gucken wir mal. Licht Kanone. Weg. Schild. Hammer nicht. Panzer Aeron. Himmelsfeger. 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 Macht er ein. Macht er kein. Nein. Wenn ich jetzt verliere. Ach scheiße. Ich meine, wenn ich jetzt gewinne. Dann habe ich ja einen gewonnen und nicht fünf verloren. Das heißt, ich müsste danach noch ein Fünfer-Set spielen. Es ist ja eh noch ein Kampf übrig jetzt. Warum? Ihr seht also, ich verliere nicht mit Absicht. Wenn es darauf ankommt, gewinne ich auch. Es ist trotzdem ultra nervig. Keine Ahnung. 50 Matches und zwei gewonnen. Wow. Ob das reicht für den nächsten Rang? Ein Kampf hat gereicht von 10 auf 11. Also ein Sieg. 11 auf 12. Ich hätte mir die Liste mal irgendwo abspeichern müssen, wo das immer steht. Die Anforderung. Bei manchen musst du ja nur fünf Kämpfe bestreiten und kommst weiter. Ich glaube von 19 auf 20 ist das sogar so. Dioxys. Nidoqueen. Yes. Und er darf natürlich wieder zuerst. Da würde ich jetzt auch gerne Wasser drauf packen. Aber irgendwie. Giftzahn. Sehr effektiv. Was kommt jetzt? Er hat schon wieder gewechselt. Hauptsache ich sehe immer nicht, was er einwechselt. Man hat das Geräusch gehört. Man hätte es am Geräusch erkennen können. Aber wir sind sehr effektiv. Okay. Dann lassen wir das mal so durch. Ach. Aber er ist auch sehr effektiv. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ich schilde jetzt, dass ich den rette. Die Moves sind eigentlich geladen. Und wir wechseln auf das. Hier. Auf den Osterhasen. So. Alter. Ich spiele mit Standbild einfach nur. Sonst macht es halt nichts. Es ist so schrecklich. Aber das liegt dann wohl nicht am Server. Das liegt wohl. Server. Das Server. Das liegt halt einfach an meinem Handy. Würde ich sagen. Also ein besseres Handy gleich ein besserer Ramses. Glaube ich. Also falls jemand was Gutes tun will. Kauf mir mal so ein iPhone 12. Dass ich flüssig im Stream übertragen kann. Dass ich flüssig spielen kann. Dass ich flüssig raiden kann. Dass ich flüssig ausscheiden kann. Alles zusammen. Macht er jetzt sein zweites Schild auch noch weg? Ja komm Kutschi Kutschi. Wie würde er auf dem Handy rumstreicht. Das ist irgendwie ein bisschen anders als gedacht. Ja ne doch. Ach das ist mir alles zu heigel. Jetzt muss ich das auch noch ja einsetzen. Das Schild. Muss ja trotzdem versuchen den irgendwie wegzukriegen. Der nervt mich. Vielleicht reicht das ja jetzt. Ihr habt gesehen dass das jetzt nicht so krass ist. Und so krass abgeht. Aber naja. Ich hab schon wieder vergessen was er davor überhaupt für ein Pokémon hatte. Er hat auf jeden Fall rasch gewechselt. Sehr effektiv. Sehr effektiv. Okay. Bäm. Das war ja auch richtig kacke. Wir kommen nochmal mit dem Dioxus zurück. Denn Dioxus hat jetzt schon wieder hier einen Move voll. Und vielleicht kann man ja sein zweites Schild jetzt rauslocken. Denn der nervt mich schon wieder. Weil der ja auch so Bodensachen hat. Und die Bodensachen. Die sind für das Registrier wieder nicht schön. Wieso hat jeder... Jede Runde die ich spiele kommt einer mit irgendeinem Boden Pokémon an. Verteidigung sinkt. Okay. Und ich hab's nicht mal geschafft noch einen rauszuhauen. Egal. Guck mal uns das jetzt an. Wenn der eh die ganze Zeit Giftzahn macht. Muss nicht heißen, dass der noch eine zweite Attacke hat. Im Endeffekt haut Gift übels rein. Nicht sehr effektiv. Verteidigung sinkt. Okay. Giftzahn. Nochmal. Oder? Oder? Trotzdem muss ich meinen Move voll machen. Muss den Move dann nochmal voll machen. Muss gegen den anderen nochmal. Muss nochmal hier an die Verteidigung sinken. Alter, wie oft kommt der denn dran? Giftzahn. Jetzt lass mal einmal hier den durch. Vielleicht hätte ich warten sollen, bis ich ihn nochmal voll hab. Dass ich ihn auf den nächsten auch noch machen kann. Was nicht mal heißt, dass der jetzt hier tot ist oder irgendwas. Flunschlik. Genau. So wollen wir das haben. Gib mir hier Fokusstoß bitte. Das will ich jetzt ausprobieren. Ich mein, der hat ja auch Stahl im Typ. Der müsste doch eigentlich so ein Fokusstoß. Busch. Gut rein batchen. Was macht er aber? Was geht ab mit ihm? Was? Erdbeben. Warum frage ich den überhaupt? Das hat halt einfach jeder Erdbeben. Aber, siehste. 22 vorhin. Jetzt ist es 44. Das heißt, ich muss trotzdem noch eine Runde machen. Weil ich ja aus Versehen einen Kampf gewonnen habe. Gut gekämpft. Yeah. Holt jetzt den Trostpreis ab. Und es hängt halt einfach wieder überall. Hallo. Darf ich da mal draufdrücken? Oh, guck mal. Ich spiele GWL so gerne. Da gibt es 530 Staub. Und hätte ich 5 Pokémon gefangen in der Zeit, hätte ich... Na gut, jetzt sind es 2000 Staub insgesamt. Aber in der Zeit hätte ich so viele Pokémon fangen können, die mehr Staub gegeben hätten, als dass ich 20 Minuten hier sitze. 22 Minuten hier sitze. Für 2000 Staub sind 20 Pokémon. Wenn du eine Minute brauchst für ein Pokémon, dann hast du in 22 Minuten schon 22 Pokémon gefangen. Ja? Und nicht nur 20. Ihr versteht, was ich meine. Aber egal. Runde 3, Set Nummer 3. Ich glaube, jetzt wäre wirklich nach dem zweiten Schluss gewesen, das wäre besser, weil... Ich glaube, heute zieht es sich wirklich enorm und er kommt wieder mit Flunschlik an. Ich habe wieder keine Ahnung. Und er hat wieder seinen Move voll. Ich glaube, was soll ich denn machen? Ich verstehe es nicht, was ich machen soll. Sumarill wird doppelt gegrillt. Wenn ich den Dings reinhole, der kriegt einen Erdbeben ab. Na, der kriegt eine Schlammbombe ab, irgendwas. Also es ist egal, was ich mache. Es ist alles sinnlos. Vielleicht einfach, soll ich halt andere Pokémon nehmen und ein anderes Team, wenn ich sehe, dass die Leute nur noch mit sowas kämpfen und nur noch darauf abgehen und man damit einfach nicht weiterkommt. Ich schilde auch nicht, warum. Jetzt schilde ich nicht, dass das stirbt und dass nur noch die Sachen übrig sind, mit denen ich sowieso erst recht nichts machen kann. Also irgendwie, weiß ich nicht, ist das alles nicht so... Sage ich ja, demotiviert. Man ist jetzt direkt schon demotiviert, wenn man das sieht und hat keinen Bock mehr. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht schilden. Dann werden wir mal angucken, was er jetzt hier macht. Ladungsstoß. Wey. Geht mal drauf. Kann man eigentlich ein Galaflunschlik und ein normales Flunschlik im Team haben? Weil das ja zwei verschiedene Pokémon an sich sind. Oder ist es, weil es ein Flunschlik ist, trotzdem dann verboten? Zwei. Reuter, sehr effektiv. Und jetzt müssen wir wieder hier das große Knuddlerrennen anfahren. So, jetzt Konzentration. Das war sehr schön. Einmal gedreht, da knallt es auch rein. Ich muss einmal abwehren. Wenn der jetzt draufhaut, komme ich wahrscheinlich nicht mal mehr zum nächsten Knuddler, aber ich brauche das jetzt hier. Vielleicht wird da ja auch ein Schild los. Ich hoffe, ich darf wenigstens vor ihm angreifen. Ja. Wenigstens das gönnen sie mir. Ich habe das Azumaril extra markiert und ausgezeichnet mit einem Orden, weil das so toll ist, ja. Und ich nehme nochmal ein Schild, weil ich nicht daraus lerne, dass ich dann mit meinem Registil alleine dastehe, der Gegner noch zwei Schilder hat und ich zehn Jahre brauche, bis ich das überhaupt voll machen kann. Also, komplett sinnlos. Wir wechseln jetzt aber mal schon aufs Registil. Gucken mal, was passiert. Er hat natürlich Knogger am Start. Ja, was auch sonst. Und wieder einer Boden. Er hat immer Boden. Nur Boden vorgeworden. Und ein bisschen Elektro noch dazu. Boom. Ja, was warten wir jetzt noch, hä? Ist die Frage. Wieso greift er denn überhaupt an? Er hat auch so viel Schild. Er könnte doch die ganze Zeit mit den Quick Moves mich jetzt niedermetzeln. Und dann hat er zehn Moves und kann sagen, guck, ich habe zehn Moves, ne? Beziehungsweise zu wem sagt er das dann? Wen interessiert das eigentlich? Oh, er hat nicht mehr zehn Moves. Er hat jetzt nur noch... Achso, ich meine zwei Schilder. Nicht mehr hat jetzt weniger. Er hat jetzt... Ja, hau den gleich drauf. Eigentlich hätte... Ich glaube, ich hätte, wenn ich direkt gedrückt hätte, wäre das direkt durchgegangen. Aber so... Geht das nicht durch? Nein, dann bin ich rüber auf Knuddler. Oh, ist ja trotzdem Eisstrahl, genau. Verdammt. Hast du einen rumgewechselt da? Kann der sich denn nicht entscheiden? So, und er wehrt natürlich ab. Und jetzt bin ich gleich tot. Und vielleicht macht er noch einen Move zum Abschluss, um mir richtig noch eins reinzudrücken und zu zeigen, wie erbärmlich das doch war. Das liegt nicht an Bugs. Ich sag's nochmal dazu, ja? Ja. So. So. Schwarze Bildschirme gefällt mir am besten. Das ist so entspannend, so richtig tief und entspannt, so richtig gemütlich. Ich habe gehört, Pupsi kommt in einer halben Stunde. Ich muss noch Samyang Nudeltest heute machen. Wir wollen vielleicht heute noch essen gehen, vielleicht Gastmahl des Meeres. Wir wollen vielleicht ins Kino heute gehen. Don't Breath 2 oder Don't Breathe. Schreib mir keinen Brief. Ich würde ihn eh nicht lesen. Don't Breath, der Horrorfilm ab 18. Wo das Opfer zum Psychopathen wurde und jetzt zum Superheld. Also das ist die Entwicklung der Don't Breath Reihe. Digga hat 50.000. Was geht mit ihm ab? Ist das meine Anzeige oder seine? Was ist denn? Ich bin in Kampf reing und muss den direkten Schild nehmen oder was? Und dann hat es nicht mal eins genommen und er hat schon Erdbeben gemacht. Wie denn bitte? Was ist das? Und jetzt habe ich wieder das drin und weiß... Ich darf kein Dioxys vorne rein nehmen, oder? Doch, guck, der ist voll toll. Komm, wir wechseln mal. Wir machen es jetzt mal anders. Es ist ja egal. Lasst ruhig alles durch. Aber es hängt einfach fünf Jahre. Und dann hat er schon Erdbeben direkt und dann hast du da irgendwas stehen und weißt gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Das liegt an Bugs. Anders als im Titel, das liegt an Bugs. Nee, eigentlich nicht. Das liegt einfach nur an meinem Handy, genau. Das hat man ja schon geklärt. So, mein Kleiner. Guck mal, wenn es so weitergeht, bin ich auch gleich da und darf auch einen Move machen. Hä? Was sagst du denn da dazu? Du alter Bugs, Bunny. So, Eisstrahl. Also ab jetzt muss ich immer Azumarill nehmen. Vielleicht soll ich Azumarill vorne reinpacken gegen alles, was eben mich versucht anzugreifen am Anfang. Dass das direkt gleich kommt und austeilt. Psycho. Psycho und Pflanze. Werfen wir auch einen Stein drauf, genau. Der ist nämlich eh gleich tot. Und vielleicht können wir noch ein Schild rauslocken. Ganz gemütlich. Hui, genau. Schild ist weg. Super. Jetzt haben wir schön gemütlich. Unser Registil. Könnten schilden, machen wir aber nicht. Ich habe keine Ahnung, was der für Moves hat schon wieder. Mit dem dreckigen Samenbomben. Shiny Selebi. Gegnerische Attacke. Ja. Können wir durchlassen. Kein Problem. Samenbomben. Das ist auf jeden Fall sehr... Eine sehr ausgeglichene Attackenvielfalt. Und er kommt mit Branawatz. Branawatz. Dem hätte ich gerne den Bauch geboxt jetzt. Aber wir haben nicht Kanone. Weil der hat wieder was. Boden und Wasser und sonst was. Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja eh noch ein Schild. Wir können ja mal schilden gleich. Und dann machen wir einfach mal einen Fokusstoß. Einfach so zum Taste. Denn ich habe noch nie gegen einen Branawatz gekämpft. Aber Branawatz finde ich cool. Wenn der mich besiegt, dann ist es eine Ehre für mich. Gegen so ein verwarztes Pokémon zu verlieren. So. Jetzt zeig mal, was du auf dem Kasten hast. Pusch. Nun weg ist es. So. Und jetzt haben wir immer noch Selebi am Start. Nehm schon mal unser Schild. Falls es noch eine Samenbombe hat. Würde das vielleicht dann. Aber los, 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 Lichtkanone, Flieg und Sieg. Dem fehlt halt wirklich ein guter Chargemove. Zack. Vielleicht könnte ich sogar noch einmal. Nein. Samenbombe überleben. Aber ne, jetzt nicht mehr. Das ist einfach zu wenig. Guck dir das Fötzelchen an. Oh, weil es Scheidi ist. Ähm. War das jetzt der zweite Kampf? Ich weiß es gar nicht. Egal. Es geht direkt weiter natürlich mit dem dritten und dem vierten und dem fünften. Aber das ist gut. Letztes Mal drei von fünf gewonnen. Und diesmal eins von fünf gewonnen. Und wieder eins von fünf. Also, wenn ich jetzt auch eins von fünf schaffe. Wenn ich jetzt auch eins. Drück doch. Ich hab doch gedrückt. Wenn ich jetzt auch eins von fünf schaffe, dann ist das ja super, oder? Nicht bleifrei. Das ist super. Also nicht Diesel. Nicht irgendwas anderes. Borinho. Krieg ich schon wieder Hunger? Ja. Schöner Purito als Gegner. Weißer Bildschirm ist auch cool. Das ist meistens, du bist... Guck mal, der Kampf war noch nicht. Das Go stand noch nicht mal da. Aber ihr habt auf jeden Fall schon keine Energie mehr. Das finde ich cool. Ich glaube eigentlich, es liegt nicht mal so extrem an meiner Handy-Performance. Sondern an dem WLAN. Oder halt an allem zusammen. Das kann auch sein. So, wenn er zuerst schildet, dann schilde ich hinterher. Das heißt, dass das für mich ein Vorteil ist. Sage ich jetzt einfach mal. Erdkräfte. Erdkräfte. Masse. Gut. Steinhage. Drache. Irgendwas anderes. Ist ja schon wieder Boden, ja. Ah, der ist schon wieder Boden. Okay, Bruder. Du bist Boden. Das finde ich sehr toll an dir. Er hat nicht geschildert. Das schilde ich jetzt auch nicht. Vertraue drauf, dass das Dioxus dem Stand hält. Hat erst mal kurz funktioniert. Ja, darf ich jetzt auswählen. Super. Und dann kommt unser kleines Asumaril. Macht den Rest. Jetzt kommt es drauf an. Quaxo. Quaxo Eis. Hm, Quaxo Eis. Quaxo Hunger. Quaxo Lecker. Boom. Das macht nix. Toll. Ähm. Surfer. Ja, dann probier mal jetzt Knudler beim zweiten Mal. Jetzt hast du ja gesehen, dass ich nur einen Eisstrahl habe und sonst nix. Und bis ich das Knudler voll habe, hast du ja sowieso schon zehnmal deinen Surfer gemacht. Das ist nämlich voll cool. Der hat doch bestimmt auch Boden-Moves, oder? Surfer. Ah, jetzt hat er länger gebraucht für seine Attacke. Jetzt wird er keinen Eisstrahl nehmen. Jetzt nimmt er bestimmt was anderes. Das schild ich lieber. Nee, er schildet nicht. Gut. Das heißt, jetzt kann ich wieder auf Eisstrahl gehen. Komm, einen Surfer lassen wir noch durch. Wenn er noch einen Surfer hat oder macht. Vor allem halte ich immer das Handy direkt vor die Kamera und vor alles andere, dass man mich auch gar nicht sieht. Ich bin nämlich anonym unterwegs. Vielleicht schaffen wir es auch, ihn so zu besiegen. Dafür würde ich sogar jetzt mein Schild opfern. Schild? Opfern? Und jetzt kommt es drauf an, was er hat. Aber ich glaube, ich hau einfach mal Eis drauf. Na? Scherox. Und er hat abgewehrt. Super. Und das war nix. Und jetzt haben wir genau noch Scherox gegen Regis Deal. Aber er hat eben einen... Krypto-Scherox, wie ich sehe. Was macht denn der immer? Nachthiebe oder sowas? So ein Spinner. Ich würde schauen, dass ich bis zum Fokusstoß komme. Jaja. Wir kennen es. Komm, Fokusstoß. Bitte. Tu mir das nicht an. Fokusstoß. Kokosstoß. Den hatten wir beim letzten Mal in der letzten Sendung. Der Kokosstoß führt zum Erfolg. Boom. So. Was war das? Habt ihr das gesehen? Der eine Sieg ist da im Set. Das heißt, die nächsten zwei kann ich verlieren und dann bin ich fertig. Es sind 58 Minuten. Jetzt kann ich zweimal fliehen und dann habe ich es geschafft. Wir müssen natürlich die letzten zwei Kämpfe noch aufrichtig angehen und normal spielen. Ich weiß gar nicht, wann ich das eigentlich hochlade. Soll das dann für Samstag sein oder für Sonntag? Ich glaube, es ist für Samstag, weil Samstag ja der Stream bis 13 Uhr geht und da habt ihr danach noch was zum Schauen und wenn ihr es nicht schafft, könnt ihr es immer noch Sonntag schauen. Wenn es Sonntag erst ab 17 Uhr kommt nach dem Stream, dann ist das schon wieder zu spät. Also ich glaube, die Folge ist für Samstag. Ich nehme das jetzt am Freitag auf für Samstag und am Freitag ist ja auch schon was, was erscheint. Also das passt alles perfekt. So. Dioxys, los, da hängt ein Ball, da ist sonst was. Und die sind bestimmt schon wieder alle tot, wenn der Kampf losgeht. Flunschlik. Und es regt die Attacke. Warum, Mann? Ich habe, guck mal, ich habe noch kein einziges Mal angegriffen. Er hat noch komplett volle Energie und ich muss... Ich habe gar kein Schild genommen. Verstehe ich nicht. Hä? Jetzt blicke ich gar nichts mehr. Wie immer. Hauen wir mal drauf hier. Gucken wir mal, was er da Feines macht. Achso, ja doch, ich sehe ja gerade. Meine Energie vom Dioxys hat ein bisschen abgenommen. Jetzt haben wir wieder das Azumarill-Rennen. Das gefällt mir meistens ganz gut. Wir kommen nämlich zuerst hier rein, hauen unseren Knuddler drauf. Vielleicht macht er dann auch einen Knuddler. Gegen Flunschlik weiß ich ja jetzt, dass ich dann immer auch Azumarill nehme. Generell immer alles. Und dass er jetzt auf ihn gewechselt hat, ist gar nicht so schlimm. Dass er jetzt Eisstrahl macht, ist sogar noch besser, weil der eben weniger abzieht. Oh! Oh! Er gibt auf! Es ist der zweite Sieg in diesem Fünfer-Match. Und spart natürlich Zeit. Guckt er das nicht? Ich glaube, der hat auch gemerkt, dass das alles Bullshit ist, was sie da abziehen. So, Standbild. Zack! Nächster Sieg. Wunderbar. Und eins bleibt noch übrig. Schaffen wir sogar den dritten Sieg? Schaffen wir die Pokémon-Belohnung? Das alles entscheidende Match. Es wird immer spannender. Ich habe immer weniger Bock. Ich habe immer mehr Hunger. Wir tun die ellebogen weh vom Abstützen. Also, so, Ryu hier. Ich könnte natürlich immer nur ein Fünfer-Set spielen. So lange, bis ich fünf gewinne und nur das hochladen und dann denken alle, krass. Und ansonsten halt nix. Ach, Mann, jetzt hat er schon wieder gewechselt. Jetzt kann ich aber nicht mal aufs Azumarill, weil das ist ja traurig, dass der dann das Azumarill da so mit seinen Pflanzen-Moves und alles... Soll ich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich auf Elektro gehe? Genau, Adi. Tu den Kopf in den Sand stecken. So. Donnerblitz. Hin und her und hin und her. Aber gegen Fiaro, ja, Steine werfen wäre gut gewesen, aber... Wenn der dann... Gegen... Ich muss es trotzdem reichen holen. Vielleicht schaffen wir einmal eine Eis-Attacke. Vielleicht macht er auch eine Matsch-Bombe. Vielleicht macht er auch eine Flora-Statue. Huah, hä? Ja, das ist beides effektiv. Okay, das ist sehr cool. Das hätte ich nicht gedacht von ihm. Jetzt habe ich dann aber meinen Joker schon verbraten, den ich ja eigentlich gegen Fiaro spielen wollte. Weil das ja so Feuerzeug ist und alles. Ja, mach mal einen Move hier so. Vielleicht komme ich ja noch mit dem zweiten Eis-Strahl an dich ran. Dann... Das wird... Er wechselt schon wieder. Auf Nachtara. Weg ist er. Sag mal, ist es gerade leiser geworden? Oder bilde ich mir das nur ein? Auf jeden Fall Nachtara am Start. Psychokinese. Da würde ich jetzt, glaube ich, hochgehen bis auf Fokus-Stoß. Wenn er mich lässt. So, der muss sitzen. Oh mein Gott. Fokus-Stoß. Wutz. Hat natürlich nichts gebracht. Jetzt müsste ich nochmal gucken, dass ich nochmal einen auflade und nochmal einen verballere, den ich eigentlich beim nächsten dann bräuchte. Aber es ist schon wieder zum Brechen. Psychokinese. Okay. Wir haben ja noch ein Schild übrig. Vielleicht schaffen wir es mit dem Schild, das zu überleben und dich mit Quick-Moves niederzumachen. Auch wenn es ziemlich problematisch aussieht, werde ich jetzt trotzdem mal mein Schild nehmen. In der Hoffnung, dass die Moves so sehr geladen sind, dass ich gleich zwei habe beim nächsten, was bei mir irgendwie immer nie so richtig funktioniert. Ihr seht, es geht ja gar nicht weiter. Die füllen sich doch gar nicht im Hintergrund. Wach rum. Wie geht's? Ja, dann komm halt reingemacht. Du dein. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Super, Fiaro. Da freue ich mich doch, dass du den C-Day hattest. So, das war das. Das war der fünfte Kampf. Im dritten Match. Das heißt, wir haben insgesamt fünf Matches gewonnen. Ja, jetzt zwei. Es sind ja nur vier. Jetzt zwei und dann da zwei. Also, ja, wunderbar. Ihr seht, wir kommen dem Level 12 ganz nah. Mein Ziel ist natürlich wieder die Top-Lade-TM, was total schwierig für mich erscheint jetzt. Und ich einfach nur denke, oh mein Gott. Hoffentlich wechselt das bald. Guck doch mal, beim letzten Mal. Ace. 149 von 257. Und jetzt 33,60. Also, es zieht sich immer weiter runter. Es wird immer schlechter. Einfach nur durch die Super-Liga. Obwohl, alles was da steht, ist ja Super-Liga. Und ich bin immer noch über 50%. Das ist, das ist eine feine Sache. Jetzt kann ich nochmal kurz gucken, ob es noch ein Fünfer-Raid irgendwo gibt. Da gibt es sogar dann zwei. Das heißt, ich werde jetzt noch fix ein Lugia-Raid gleich machen. Werde mich dann freuen wie ein kleines Schnitzel. Und würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns bei... Oh, was habe ich denn da wieder versteckt? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Wie kannst du nicht löschen? Ist das schon wieder? Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin.